Hallo ihr Homos und willkommen im schönsten Kalter von ganz Osttirol und willkommen zu einer weiteren Folge Pimp My Studio. Ich habe mir vor kurzer Zeit mal das Rode NT1A Mikrofon gekauft und zusätzlich dazu habe ich mir noch einen Mikrofonverstärker bzw. einen Mikrofonprozessor gekauft. Es handelt sich dabei um den DBX-S286, nein, um den DBX-286S. Und den will ich euch heute ein bisschen näher vorstellen. Ich bin ja ein analoge Mensch, also das heisst, was die Aufnahmetechnik anbelangt, da bin ich gerne analog. Also ich arbeite ungern im Nachhinein noch viel bearbeiten und darum habe ich es gerne, wenn man die Aufnahme schon von Anfang an gut ist. Und da wird mir auch jedem zustimmen können, je besser eine Aufnahme ist, desto besser ist nachher auch das andere Ergebnis. Und darum habe ich mir den DBX-S286 zugelegt. Hinweis, es handelt sich natürlich um den DBX-286S und nicht um den DBX-S286. Den DBX-S286 ... den gibt es nicht. Und dann schauen wir uns jetzt im Detail an. Wie man hier sieht, es handelt sich um ein 19 Zoll Rack-Einbaufähiges Gerät. Auf der Frontseite sind einige Drehregler vorhanden, womit man samtliche Einstellungen steuern kann. Aber dazu nachher mehr. Schauen wir uns als erstes die Drückseite des Geräts an. Hier haben wir einmal den Inputbereich. Hier kann man das Mikrofon entweder über XLR oder einen Klinkenstecker anschliessen. Dann gibt es die Insert-Buchse. Hier könnte man zusätzlich noch ein Effektgerät, wie z.B. ein Equalizer, vor der Preamp, also vor dem Vorverstärker vom DBX schalten. Und über den Output-Anschluss, auch hier handelt es sich um einen Klinkenstecker, wird das Signal dann weitergeben. Hier kann man das Mikrofon bzw. DBX dann an einen Mixer oder z.B. an die Soundkarte vom Computer anschliessen. So, jetzt haben wir das Ganze also angeschlossen. Schauen wir einmal, was das Gerät so macht. Als erstes haben wir hier einmal den Preamp, womit man das Eingangssignal verstärken kann. Die LEDs zeigen die Pegel-Lautstärke an und ausserdem gibt es hier noch einen 48-Volt-Phantom-Schalter, den man aktivieren muss, sofern man ein entsprechendes Mikrofon hat, was bei mir z.B. der Fall ist. Dann gibt es hier auch noch einen High-Pass-Filter, den kann man, wann gewünscht ebenfalls aktivieren. Der dampft alle Geräusche ab, die unterhalb von 80 Hz sind. Dann kommen wir zur Effekt-Abteilung des Mikrofon-Prozesses. Hier gibt es als erstes mal den Schalter Process Bypass, der muss deaktiviert werden, damit die ganzen Schalter überhaupt aktiv sind. Sonst wird das Signal vom Preamp direkt zum Output weitergeleitet. Der Process Bypass ist jetzt also deaktiviert. Schauen wir uns als erstes mal den Kompressor an. Der Kompressor regelt im Grunde die Lautstärke, oder besser gesagt die Pegelausgabe vom Signal. Mit Drive definiert man, wie stark das Signal verstärkt werden soll und mit dem Regler Density wird eingestellt, wie schnell oder langsam der Kompressor wieder losgelobiert in diesem Sinn. Das nächste Effektgerät, das hier eingebaut ist, ist ein sogenannter De-esser und der macht im Grunde genommen genau das, wie es der Name schon sagt, er de-esst. Er sankt die Frequenzbereiche ab, wo scharfe S-Laute vorkommen. Ich brauche im Grunde genommen den so gut wie nie und man muss auch sehr vorsichtig beim Einstellen sein, weil es ist zum Teil recht empfindlich das Ganze. Beim Enhancer handelt es sich um eine Art Equalizer, wobei in sehr abgespackten Ausführungen und er schafft auch ein bisschen anders als ein Equalizer. Im Grunde genommen machen die zwei Drehregler aber folgendes. LF für Low Frequency verstärkt sozusagen den Bass oder verstärkt das Signal in der tieferen Lage. HF für High Frequency macht dann das Gleiche bei den höheren Frequenzen und das Signal wird dadurch klarer oder auch schärfer. Da muss man einfach selber etwas ausprobieren, wie es am besten klingt und auch hier wieder aufpassen, dass man nicht zu viel rumdreht. Dann als letzten Effekt in dieser Reihe haben wir den Expander und der Expander macht im Grunde genommen genau das Gegenteil eines Kompressors und er sankt die Lautstärke unterhalb eines bestimmten Frequenzbereiches ab. Mit dem Schalter Threshold stellt man ein, ab welcher Frequenz der Pegel abgesankt werden soll und mit Ratio definiert man in welchem Verhältnis zum Rest der Lautstärke sollen die Frequenzen abgesankt werden. Und zum Schluss haben wir dann natürlich noch den Output-Regler. Da kann man noch finales Ausgangssignal entweder zusätzlich nochmal verstärken oder absanken. Das wäre eine kurze Vorstellung vom DBX 286S. Wie gesagt, das Ding ist vor allem für Sprachaufnahmen super. Also wenn man jetzt zum Beispiel ein Hörbuch aufnimmt oder einen Film nachsynchronisieren muss oder wenn man live streamt und das Signal nicht mehr weiter bearbeiten kann, bevor es dann live geht, dann ist das Gerät einfach super. Also alles Sachen, was ich eigentlich gar nicht mache. Aber ja, also ich kann es empfehlen. Mir macht Spass. Ich hoffe, das Video war soweit informativ. Jetzt sage ich auf jeden Fall danke fürs Zuschauen und ciao zusammen.